Das ist doch mal eine schöne Map. 16 Mann. Geil. Also eben. Ich bin ja eine Chance an. Gucken wir mal. Na los. Scheiß Ladezeiten. Better. Oder T20. Hä? Der Benji ist schneller. Schneller wie... Okay. Okay. Also gucken wir mal. Benji zu schnell sind wie der Edda. Ist klar. Glaub ich nie. Aber gut. Testen wir mal aus. Sind wir ja ganz hinten, hä? Das ist klar. Das ist so klar. Ja freaks. Fick euch auf alle. Ihr bekloppte Assis. Ja der Benji ist klar. Ohhhh. Haltet doch die Fresse. Letzter. Vorletzter. Fuck you. Na die klappen sich wenigstens gegen das Eidstrick. Höh. Ey was ist denn das für eine... Oh no Scheiße eyle an der hässliche... ...erfickten... ...Panner ey. Bist du dran, klappen die dich wieder weg. Weck sie schon. Ich fehlte... ...leckte mich doch ey. Kleine Deckbomben hier. Wo ist der Mut? Uh, nie gesehen. Na ja, 20 Sekunden ist nicht. Na ja, 20 Sekunden ist nicht. Das Internet ist heute auch zum Katzen hier. Ja. Na los. Komm mal ran. Geile Chance auszureichen. Ja, genau. Hier. Ihr habt seid alle bekloppt seid ihr. Was war das denn? Ja, ich bin gefahren. Tottel. Tottel. Tottel mal noch vorletzter. Genau. Hä? Das hängt da wie Sau hier ey. Ja, die alles machen Winis. Oh man. Oh man. Oh ja, rüber, rüber. Was denn nun? Was denn? Danke. Hallo. Ich hab immer Autos hinter mir. Ich war gerade mal 15er oder 14er. Oh 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 oh. Äh, du. Das ist doch eh auch immer Sabi ansehen. Du bist so ein Klöppholz. Wenn du nie fahren kannst, dann schwindel. Kein faires Rennen kennen die Formen, die kennen nur Ramm und sonst sowas. Wir sehen jetzt mein Ziel schon. Das ist voll vorletzt, so, yeah! Zeig mir den Mörder. Ich krieg's Atem ein. Macht ja keinen Spaß. Für irgendwann auch keinen Bock mehr auf geht ja. Ich kriege den Mörder. Ich kriege den Mörder. Ich kriege den Mörder. Ich kriege den Mörder. Ich kriege den Mörder.